Dirty Minutes Left Herzlich Willkommen zur Gala-Sendung der 400. Folge von Dirty Minutes Left, liebe Hanne. Hallo, lieber Holger. Wir trinken heute Maximal-G-Antriebsstoff-Blaubeer-Kokostaste Up-Energy-Drink mit Koffein und Taurin. 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Nutri-Score ist E wie Energie oder Effizient. Sehr gut. Ja. Das schmeckt cool. Von Penny oder Rewe, je nachdem, wo man es kauft, nehme ich mal an. Ja. Schmeckt gut. Ist lecker. Blaube und Kokos ist auch eine gute Kombination. Da gibt es auch andere Drinks mit der Kombi. Ja, das finde ich echt gut. Ja. So, wir haben ein Spiel gespielt. Was weißt du darüber? Es war wieder ein Shooter-Mob. Ich hatte das ja ausgesucht, also wir haben gespielt Zero Wing. Ich hatte das ausgesucht, weil das ein sehr bekanntes Spiel ist für ein Intro, was in diesem Spiel vorkommt, wo die Übersetzung aus dem japanischen etwas missglückt ist. Sagen wir es mal so. Und zwar, da kam der Satz drin vor, all your base are belong to us. Problem ist, es kam in diesem Spiel nicht drin vor. In diesem unserer Version nicht, richtig? Genau, weil wir haben halt die Arcade-Version gespielt und dieses all your base are belong to us kommt in der Mega Drive-Version vor. Richtig. Das wurde da ergänzt, um die Story zu erweitern. Es hat vor allem das Internet erweitert. Ja. Ansonsten, ja, war ein Shooter-Mob. Interessant war, man konnte nicht nur schießen, sondern man konnte auch Sachen einsaugen oder ansaugen, so Kirby-Style, nur dass man das nicht dann verstuckt hat, sondern dass es dann vor dem Schiff hing und dann konnte man das wieder wegschießen. Das ist eine Mechanik, die habe ich sonst vorher, glaube ich, noch nicht bei so einem Shooter-Mob gesehen. Naja, stimmt ja nicht ganz, weil das, was wir letztes Mal hatten, irgendwas mit G, das hatte sowas ähnliches ja auch schon. Auch mit Gegner ansaugen, dass die einem vorher hängen. Ja, und da gab es die Fähigkeiten her in dem vorherigen Spiel. Gut, dann. Ich fand, das fielte sich aber tatsächlich ganz gut. Also mir hat am besten gefallen der Schuss, der sich das Ziel selber sucht, weil das macht das ganze Ding total einfach und sehr angenehm. Es ist natürlich trotzdem immer noch schwer, den Schüssen der Gegner auszuweichen. Aber ich fand es relativ easy. Also ich bin da ganz gut reingekommen im Spiel. Es gibt so ein paar Gegner, die halt am Boden hängen, so Flugabwehrkanonen nenne ich sie jetzt mal. Und manchmal sind die halt hinter irgendwelchen Hügeln, dass du die tatsächlich nicht abschießen kannst, außer wenn du halt diese zielsuchenden Schüsse hast. Ja. Dafür waren die halt ganz gut, ja. Genau. Insgesamt gefiel mir das tatsächlich ganz gut. Ja, das freut mich. Zero Wing von Torplan. Nächstes Mal habe ich mir überlegt, spielen wir Centipede. Das haben wir, glaube ich, noch nicht richtig. Atari. Das kann sein. Ich habe es, glaube ich, mal angespielt, als wir diese 50 Atari-Spiele von der 50 Atari-Spiele-Sammlung gespielt haben. Ja, das kann gut sein. Aber ja, können wir auf jeden Fall noch mal länger reingucken. Ja, auf der Atari-Spiele. Ist auch ein sehr klassisches Spiel. Richtig. Also das hat wahrscheinlich jeder Computerspieler, jede Spielerin irgendwann mal gespielt. Ja. Ja, ich war unterwegs mit meinem Elektroauto. Ich fahre ja einen MG5 Electric in der Long-Range-Variante. und die hat, der hat irgendwie eine angegebene Maximal-Distanz von, ich glaube, 400 Kilometer oder sowas, was der offiziell hat. Und diese maximale Distanz, die fährt man ja eigentlich auf der Autobahn, sondern das ist normalerweise so im Stadtverkehr gezielt. Die Autobahn, wo du ja viel schneller fährst, da verbrauchst du auch mehr Energie und dann schaffst du diese 400 Kilometer in der Regel nicht. Aber ich wollte halt gerne mal testen, wie weit ich mit diesem Wagen komme. Und zwar, ich wollte zwei Sachen testen. Einmal, wie weit ich damit komme. Und zum Zweiten, ob ich es schaffe, zu meinen Eltern zu fahren und noch mehr als 50 Prozent Restladung zu haben. Ja. Weil das wäre halt ganz cool, wenn ich dann zu meinen Eltern fahren und wieder zurück kann an einem Tag, ohne dass ich zwischenladen muss. Das Zwischenladen ist auch nicht so schlimm. Man kann ja irgendwie 15 Minuten mal eben Pinkelpause machen und dann hat man schon genug zwischengeladen. In der Regel reicht das. Aber wenn es halt komplett ohne geht, also zum Beispiel für den Fall, dass ich da mit Frau und Kind hinfahre und Kind schläft ein, dann ist es ganz gut, wenn man wahrscheinlich keine Pause machen muss. Und dafür wollte ich es halt testen. Darf ich eine kurze Zwischenladungs-Zwischenfrage stellen? Ja. Wenn du so eine Zwischenladung machst, wie funktioniert das? Du fährst dann irgendwo hin, wo du weißt, dass es Strom gibt, weil du eine App hast, die dir das vorher erzählt und dann gehst du da hin und dann hast du passend abgezähltes Bargeld, was du dann in einen Automaten schmalst. Genau, in Münzen, in 15 Stücken muss man das einschalten. Nein. Also die meisten Autos, Lade-Apps, nee, Lade-Apps, Karten-Apps, die haben das schon mit drin. Google Maps hat das drin, Apple Maps hat das drin, das ist kein Problem. Viele Tankstellen haben schneller dabei. Es gibt natürlich auch spezielle Apps, die einem das sagen, wo schneller sind. Aber wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann kenne ich die schnell auf der Strecke. Und auch an diesen Tankstellen schildern, da sind häufig auch nochmal so kleine Symbole drin, ob es da eine Ladestation gibt. Und in der Regel tatsächlich sind ja die Ladestationen an den Tankstellen auch wirklich schneller da. Schneller da heißt mit Gleichstrom. Da geht der Strom halt deutlich, deutlich, deutlich schneller rein als über Wechselstrom zu Hause. Genau. Und wie bezahlt das dann? Per App? Ja, entweder mit so einer Karte, die man da mal davor hat, so eine NFC-Karte, die man dann von irgendeinem Ladeanbieter hat. Da gibt es auch Leute, die halt ganz viele von diesen Karten haben, weil je nachdem, welche Karte und mit welchem Vertrag du hast, kann das unterschiedliche Preise sein an der gleichen Ladesäule. Da gibt es dann die Ladefuchs-App, die sagt einem dann, da kann man einstellen, ich stehe jetzt vor einer Ladesäule von EWE. Und dann sagt die einem, welche App, welche Karte man am besten vorhalten muss, damit es am günstigsten ist. Das scheint eine sehr schlaue App zu sein. Das müssen gute Entwickler sein, die das Programmieren haben. Ja, aber tatsächlich, da ich wirklich 99 Prozent zu Hause lade, ist mir das relativ egal inzwischen. Ja. Sondern ich bezahle, ich habe halt eine Karte, mit der bezahle ich. Manchmal kann man auch direkt mit Kreditkarte bezahlen. Das habe ich in Groningen tatsächlich gemacht. Und ne, da habe ich mit der App bezahlt und dann mit Kreditkarte. Also geht halt auch mit der App von dem Anbieter und die Säule freischalten. Es könnte alles einfacher sein, aber es ist auch nicht so das große Problem. Tatsächlich, man kann eigentlich überall auch ohne eine spezielle Karte inzwischen laden. Okay. Genau. Und ja, also bin ich zu meinen Eltern gefahren, hatte noch 61 Prozent Restladung drin. Das war ganz gut. Und wir haben es dann tatsächlich auch bis nach Groningen geschafft. Das sind 280 Kilometer, glaube ich, von hier ungefähr. Okay. Wann das? Dann war der Wagen aber auch echt, also hatte noch irgendwie keine 10 Prozent Restladung drin. Also der war dann gut leer. Ich hatte da beim Hotel Garagenplatz gebucht mit Lademöglichkeiten. Die Lademöglichkeit war leider, ich will nicht sagen, nicht vorhanden. Also die hatten da zwei Lader an der Wand. Die ließen sich aber tatsächlich nicht mit meiner deutschen Karte freischalten. Ließen sich auch nicht mit einer Kreditkarte freischalten. Da war auch kein Aufkleber dran, welche App man braucht. Und da war eine URL dran. Habe ich die aufgerufen. Dann bin ich auf eine Wattenfallseite weitergeleitet worden. Habe gesagt, ah, dann lädst du dir doch mal die niederländische Wattenfall-App runter. Habe ich das gemacht. Da tauchten diese Ladeboxen nicht auf. Im Hotel konnten sie mir auch nicht weiterhelfen. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass die vom Hotel dann wenigstens eine Karte gehabt hätten und sagen können, hier laden mit der und wir bezahlen sie halt hinterher. Wir buchen das auf deine Hotelraum drauf. Aber da waren die nicht in der Lage dazu. Zum Glück war irgendwie in der Straße nebenan auch noch eine Ladestation, die ich dann halt mit der App freischalten konnte von einem anderen Anbieter. War jetzt eigentlich nicht so wild. Dann habe ich halt irgendwie für 18 Euro den Wagen wieder voll gemacht. Ja. Wie gefiel dir denn Groningen? Groningen? Also ich kenne Groningen eigentlich sehr gut. Also wir sind da früher als Kinder schon häufig mit meiner Mutter oder so hingefahren, um zum shoppen, wenn in Deutschland irgendwie Feiertag war, weil in Groningen dann ja nicht unbedingt Feiertag oder in Niederland nicht unbedingt Feiertag war. Ah, das ist natürlich von deinen Eltern aus auch viel weniger. Eine Stunde mit dem Auto entfernt. Also wir fahren von meinen Eltern, fährt man schneller nach Groningen als nach Hamburg. Und ich fahre heute mit meinen Kumpels auch sehr häufig in Groningen zum Party machen, Disco und so. Und natürlich jetzt mit Frau und Kind nach Groningen zu fahren, ist komplett anders. Also mit denen gehe ich halt nicht abends ins Pub und zu den drei Geschwistern und in der Disco und sowas, sondern wir sind halt da platzieren gegangen in der Stadt, haben ein Grachtenfahrt gemacht und ja, so Kleinkramm halt. War nett. War nett. War auch nicht so überrauschend, aber es war auch gut mal rauszukommen und nicht immer nur zu Hause zu sitzen. Also das war der Hauptgrund eigentlich, warum wir das gemacht haben und dafür war es gut genug. Wenn ich in den Niederlanden bin, dann kaufe ich meistens ein Stück Käse, weil ich den da unterstützen möchte und gut finde. Und ich kaufe mir diese Schokostreuse zum Aufbrotstreuen. Hast du sowas gemacht? Nein. Aber jedes Mal, wenn ich nach Groningen fahre, dann schmugele ich tatsächlich Produkte aus dem Land, also aus den Niederlanden, die es in Deutschland so nicht käuflich zu erwerben gibt. Oder nur, wenn man wirklich weiß, wo und dann vielleicht so muss man wirklich genau wissen, wo man hingeht, um diese Produkte zu kaufen. Und das habe ich tatsächlich auch wieder gemacht. Meine Mutter hat auch gesagt, ich sollte ja auch etwas von diesem Produkt mitbringen, weil sie das auch wohl ganz gerne mag. Ab und zu mal. Also nicht so häufig, aber ab und zu mal sind diese Produkte ganz nett. Und zwar habe ich Fla gekauft. Geile Erleitung. Ja, Fla ist total geil. Ich kenne das tatsächlich auch. Fla, für die, die es nicht kennen, das ist so ein, ja, kommt in so Milchtütenboxen und ist halt ein Pudding. Im Grunde ist es eine Mischung zwischen Müllermilch und Schokopudding oder je nach Geschmackssorte Pudding. Oder Vanille oder Vanille, Erdbeer oder, ja. Ja, genau. Und kommt immer in so Tetrapaks und man kann das einfach auskippen direkt in den Mund und dann freut man sich einen Moment und dann geht es einem schlecht. Ich kenne das. Genau, so ähnlich. Nein, also Fla ist finde ich immer sehr wichtig und das war mir sehr wichtig, dass der es gekauft hat. Ich habe uns auch noch ein bisschen Getränke für unseren Podcast mitgebracht. Sehr gut. Unter anderem eine Cola, die von einer AI mitentwickelt wurde. Auch nur das Design und nicht der Geschmack. Der Schlapp der Geschmack auch. Grünkohl, Zwiebelkola. Ich bin gespannt. Wir werden das irgendwann in naher Zukunft vielleicht mal ausprobieren. Sehr gut. Ja, ansonsten habe ich nicht so großartig viel da erlebt. Also wir waren halt, da gibt es noch so ein Gebäude, das heißt das Forum, das ist so ein, da ist eine Riesenbibliothek drin, Museum und sowas. Und da wollten wir eigentlich in eine Ausstellung zum Thema Animationen, wo es halt um Animationsfilme, aber auch, und hier ist eine Ausstellung zum Thema Storytelling, glaube ich. Ging es um Storytelling in Comics, Animationsfilmen und Videospielen. Aber die war leider an dem Montag, wo wurde er mal geschlossen. Ach, ja, schade. Ja, Museen haben häufig montags zu. Und ganz lustig war, ich wurde von der Polizei angehalten. Montags nachts um drei. Montags morgens. Okay. Weil ich mit dem Kinderwagen dagegen geschoben bin, nachts um drei. Und die haben gedacht, du bist so ein Gangster, der da seine Waren drin hat. Ja, um mich herum waren halt tatsächlich die ganzen Leute, die halt irgendwie entweder aus den Coffeeshops oder aus den Bars rauskamen oder Discos rauskamen. Und ich bin da rumgelaufen auf der Suche nach Kaffee, weil halt unsere Lütte hat halt nicht geschlafen. Und dann bin ich eine Stunde mit ihr spazieren gegangen und dann ist sie irgendwann eingeschlafen. Und dann habe ich bei uns im Hotel Kaffee bekommen von dem, ich will nicht sagen Nachtwächter, von dem der halt an der Rezeption war nachts und der gerade das Frühstück aufgebaut hat. Ja. Der hat mir dann mal einen Kaffee abgezwackt. Ja, witzig. Ja, passiert, ne? Ja. Und es war halt das erste Mal, dass wir mit ihr irgendwo auswärts schlafen waren, außer damals, als wir in Korea waren. Ja, ich war tatsächlich auch ziemlich weit weg. Ich bin mit der Bahn hingefahren und dann mit dem Auto zurück mitgenommen worden. 350 Kilometer ungefähr waren das. Und zwar in Essen. Und da waren nämlich die Spielebesser. Ich berichtete davon letztes Mal, dass ich hinfahren würde. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Dann war ich drei Tage da. Ich bin so am Freitagmorgen um vier losgefahren, habe ordentlich Franz Brötchen noch eingesackt beim Bahnhof und bin dann mit der Bahn hingefahren. Es war unglaublich voll, als ich ankam. Da staute sich die Masse am Hauptbahnhof von Essen, weil es gibt wohl eine Bahn, die S11, die da hinfährt in Essen. Und das ist wohl die älteste und kleinste Bahn, die man so bauen konnte. Und die haben sie einfach da gelassen, weil die fährt halt nur zur Messe und zurück. Und dann bin ich aber gerade irgendwie fünf Minuten vor Öffnung der Hallen reingekommen, konnte dann noch mein Shirt überwerfen von Thundergriff, wo ich am Stand war und anfangen noch ein Donut essen. Und dann kamen die Massen da reingestürmt. Und dann habe ich da Spiele erklärt. Und das lief im Grunde so weiter bis Sonntagabend. Und ich kannte tatsächlich die Spiele von Thundergriff. Alle, die sie da vorgestellt haben, das waren Darwins Journey, Tangarden, Heads, Tuned und Ivari. Und Space Launch gab es auch noch. Und am ersten Tag habe ich tatsächlich auch so ein bisschen gemischt erklärt und habe aber auch ein paar Mal Darwins Journey erklärt. Darwins Journey ist momentan deren Zugpferdspiel quasi. Das Größte, was sie haben. Bei Kickstarter hat das irgendwie 10.000 Unterstützer gehabt, was für so ein Brettspiel schon irre viel ist. Und da wollten natürlich auch sehr viele Leute das spielen. Und dann habe ich das halt erklärt, dass es ein Arbeitersetzspielen relativ umfangreich ist, wo du sehr viele Optionen hast, Möglichkeiten, dir deine Wirtschaft aufzubauen und Dinge zu erreichen und dadurch Boni zu generieren, deine Arbeiter zu verbessern und im Grunde das Gleiche zu machen, was Charles Darwin gemacht hat. Nämlich also auf Inseln rumlaufen und Briefe schreiben und Tiere angucken und die ins Museum stecken und dafür Geld und Ruhm einsammeln. Und das habe ich halt erklärt, fast die gesamte Messe über. Ich habe das inzwischen sehr viel häufiger erklärt, als ich selber gespielt habe. Auf Deutsch und auf Englisch, weil je nachdem, wie die Gruppe sich gerade zusammengesetzt hat, die da war. Und das war total nett. Alle Leute haben sich... Das ist so ein bisschen wie in der Schule, weil wenn so eine Lehrer, Lehrerin vor Kindern steht, dann erzählen die was und die Kinder hören halt nicht zu. Und das ist auf dieser Messe komplett anders, weil die Leute halt zu mir kommen, um sich anzuhören, was ich zu sagen habe und dann alle völlig begeistert zuhören. Also ich habe keine Ahnung, das habe ich in der Schule so nie erlebt, weil die natürlich... Also manche von denen haben das Spiel schon zu Hause und wollten gerne eine Erklärung hören, statt die Anleitung zu lesen. Kann ich auch verstehen. Andere fanden das Spiel dann hinterher so gut, dass sie es dann mitgenommen haben. Oder Alternativtheorie, meine Erklärung war so schlecht, dass sie sich gedacht haben, ach so ein Mist, kaufe ich erstmal die Anleitung, lese selber nach. Weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall war das ziemlich cool. Ich habe sehr, sehr viele Leute nicht wirklich kennengelernt, aber getroffen und denen halt die Spiele erklärt. Da waren zum Beispiel auch zwei Gehörlose dabei und die hatten ihre Übersetzerin dabei. Und die ist dann zwischendurch auf Toilette gegangen und dann mussten wir uns mit Händen und Füßen verstehen, verständigen über diese Regeln. Das hat aber ganz gut funktioniert. Also das war eine sehr internationale Messe. Die ganze Firma Thundergriff besteht aus vorwiegend Italienern. Manche von denen sprachen nicht so gut Englisch. Das war schade. Da habe ich überlegt, ja gut, okay, dann fängst du halt an Italienisch zu lernen, damit du das nächste Jahr mit denen sprechen kannst. Habe ich jetzt auch gemacht. Und andere kamen aber, haben problemfrei Englisch gesprochen und mit denen konnte ich mich dann eine Weile unterhalten. Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe auch sehr viele Leute getroffen, die ich irgendwie aus dem Internet vorher kannte. Ich habe halt gesagt, hier, ich bin an dem Stand und dann sind die vorbeigekommen und haben mich begrüßt und so. Haben sich gefreut, dass ich so einen Podcast mache und dass es mich gibt. Haben gesagt, ah, du bist doch der Typ mit der Ultra, Apple Watch Ultra, der die gerade hier gebraucht gekauft hat. Ich habe gesagt, ja, genau der. Und dann habe ich ein paar Spiele eingesammelt. Ich hatte ein bisschen was vorbestellt bei Frosted Games. 20 Strong. Und dann habe ich noch Wild Tales mitgenommen, unbezwingbar und Rove. Und dann habe ich irgendwann Samstagabend festgestellt, dass ich in Naturalien bezahlt werde. Also zum einen habe ich Geld bekommen, zum anderen habe ich aber auch quasi einen Gutschein bekommen für den Thundergriff Shop. Und ich habe aber alle Spiele schon von denen. War nichts bei, was ich irgendwie hätte haben wollen. Und dann habe ich meine meine Erklärbär-Kollegen gefragt und einer meinte, du, ich kenne Leute bei CGI, bei Check Games Edition. Die machen so Spiele wie Arnak oder Kutnaora ist deren neueste Spiel oder Under Falling Skies. Und mit denen habe ich getauscht. Vielleicht wollen die ja nochmal. Ich frage mal nach. Und dann habe ich mich mit einer von denen getroffen. Und dann hat sie mir zwei Arnak-Erweiterungen gegeben. Die hatte ich beide noch nicht. Und ich habe ihr Spiele von Thundergriff gegeben. Und dann war das ein Deal, der für uns beide total praktisch war. Und jetzt habe ich zwei Arnak-Erweiterungen, die ich quasi nicht bezahlen musste. Und das ist einfach gut gelaufen. Wenn du den Leuten das erzählt hast, wie lange blieben die dann so bei dir? So fünf Minuten und dann war das okay? Oder hat es eine halbe Stunde gedauert, das zu erklären? Das Spiel zu erklären hat 20, 25 Minuten gedauert. Und danach haben die so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Also am Samstag war tatsächlich ein... Ne, es muss am Freitag gewesen sein. Am Freitag war tatsächlich eine Gruppe da. Die haben das komplette Spiel durchgespielt. Das hat locker zwei Stunden gedauert nach meiner Erklärung. So war es aber nicht gedacht. Also im Idealfall spielst du so ein Spiel halt an. Dann weißt du, ob es das für dich ist oder nicht. Und da passiert halt auch, das Spiel geht über fünf Runden. Und die ersten zwei Runden wurden meistens gespielt. Manchmal nur eine. Das reicht dann halt, um das Spiel zu verstehen grundsätzlich. Und das heißt, ich habe dann irgendwie so eine Stunde lang ungefähr immer die gleiche Gruppe gehabt. Die haben dann halt zwischendurch Zwischenfragen gestellt. Und ansonsten hatte ich nach meiner Erklärung dann nicht mehr viel zu reden. Habe ich dann einfach gefreut, dass ich da sitzen konnte und denen beim Spielen zu gucken. Okay. Ja, das hört sich ja nach einem guten Erlebnis an. Also nächstes Jahr willst du das gerne wieder machen, oder? Genau. Nächstes Jahr will ich das auf jeden Fall wieder machen, weil das so schön war. Weil ich wollte sowieso zur Messe fahren, nicht um irgendwie einen Riesenstapel Spiele einzusammeln und mit nach Hause zu bringen, sondern, also die Spiele, die ich mitgenommen habe, das sind doch alles sehr kleine Sachen. Das passt alles in den Rucksack, was ich mitgebracht habe. Sondern einfach, um Leute zu treffen und da die Atmosphäre einzusammeln und so. Und dann bin ich auf dem Rückweg aber mitgenommen worden von Phil, ein Freund von mir, der ist nämlich tatsächlich zur Messe gefahren, um ganz viele Spiele anzuspielen. Einige, die er vorbestellt hatte und einige, die er da dann direkt kaufen wollte. Der hat ein paar hundert Euro da gelassen, um Riesenspiele mitzunehmen. Meinte auch anschließend, ja, jetzt habe ich erstmal wieder genug für die nächsten paar Jahre. Und der hat mich dann halt mir nach Hause genommen. Das war sehr angenehm. Okay. Ja, cool, cool, cool. Ja, echt tolle, tolle Veranstaltung. Hat mir sehr gut gefallen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, wo ich kurz darauf eingegangen war schon, ist meine neue Apple Watch Ultra. Erste Generation, die ich die ganze Zeit getragen habe und die ich zwischendurch einmal laden musste, was für so ein langes Wochenende praktisch ist, ohne Ende, weil der Akku einfach sehr lange hält von dieser Uhr. Und insgesamt ist es auch das größte Feature für mich von dieser Uhr, dass der Akku einfach so lange hält, dass ich mir da keine Gedanken drüber machen muss, damit über den Tag zu kommen. Auch wenn ich mit 30 Prozent starte. Und das ist einfach ein sehr großes Vorteil. Ich weiß, es gibt Leute, die tragen Uhren mit ohne Smart-Funktion. Da hält der, da hält die Batterie, die da drin ist, zwei Jahre. Aber das ist ja ein anderes, das ist ja was anderes. So, ich trage die Uhr halt jetzt auch zum Schlafen. Das habe ich mit der Vorregel nicht gemacht, weil ich die dann halt laden musste. Und verzichte dadurch auf meinen Xiaomi Schlaftracker am anderen Arm, was auch ganz angenehm ist. Und ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie viel robuster ist, was natürlich auch Absicht war bei dieser Uhr. Und einen Punkt wollte ich noch sagen. Achso, deswegen hätte ich sie mir wahrscheinlich nicht gekauft. Aber sie ist unglaublich viel schneller als die Series 4. Und das macht einen großen Unterschied. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja, Series 4, klar, funktioniert ja. Was soll ich mir da jetzt eine neue Uhr kaufen? Aber die ist erheblich schneller. Und das ist nicht mal der neuste. Also die neuen ist ja, du hast die alte Version gekauft. Die neue soll ja noch eine ganze Ecke schneller sein. Ja, ich habe immer noch meine allererste Apple Watch. Aber die benutze ich ja nicht als Apple Watch. Ja. Ja. Nee, ich habe, war aber auch ein bisschen shoppen. Und zwar, es war ja einmal so ein Prime Day. Und der Prime Day, das ist also eine reine Marketingveranstaltung natürlich. Und häufig ist es so, dass die Sachen nicht unbedingt günstiger sind als an Nicht-Prime-Day-Tagen. Aber wenn man Sachen sich gerne kaufen möchte und die schon länger beobachtet und tatsächlich auch in Groningen gesehen hat und gedacht hat, willst du das schon gerne haben? Aber das ist so teuer. Und der Normalpreis von diesem Produkt irgendwie, keine Ahnung, 260 Euro ist. Das häufig für 200 verkauft wird. Und es dann auf einmal beim Prime Day auf einmal für 160 zu erreichen, erstehen ist. Also nicht ganz 50 Prozent Rabatt oder irgendwie 45 Prozent Rabatt dann hat. Dann wird man manchmal schon schwach. Also ich. Okay, was hast du gekauft? Den Lego Bowser. Also von Lego Super Mario. Bowser, den großen Endgegner von Super Mario. Das ist ein riesengroßes Modell mit ein paar tausend Teilen, 2800 Teilen, glaube ich. Und meine Frau wollte das eigentlich gestern Abend aufgebaut haben. Aber dann habe ich ihr gesagt, ist nicht in der Stunde aufgebaut. Dann habe ich gegoogelt irgendwie normale Aufbauzeit irgendwie zwischen sieben und acht Stunden. Ich würde sagen, dass ich baue, seit ich denken kann, Lego. Also ich würde wahrscheinlich eher in den sieben Stunden kratzen. Meine Frau hat, glaube ich, ein Lego Modell bisher gebaut. Ja. Und die würde wahrscheinlich eher in den acht Stunden oder vielleicht sogar darüber kratzen. Also ich denke schon, dass wir uns da zwei Abende oder drei Abende für Zeit nehmen müssen, um das Ding aufzubauen. Das denke ich auch, ja. Aber da freuen wir uns drauf. Und das haben wir noch nicht aufgebaut. Aber das ist ein Modell, was ich endlich mal aufbauen will. Ich habe einige 3D, einige Lego Modelle hier noch in Kartons rumstehen, die ich, wo ich nicht genau weiß, ob ich die aufbauen will oder nicht. Aber den Bowser, den will ich schon aufbauen. Ich finde, das Modell sieht ein bisschen aus, als könnte man es bewegen. Tut man aber nicht. Kann man. Kann man tatsächlich. Kann man. Der hat, ja, der hat sogar, also die, die ganzen Gliedmaßen sind beweglich gelagert. Wow. Der hat hinten quasi hinter der, am Körper unter dem Panzer ist sogar ein, wo du draufdrücken kannst, dann bewegt sich der Kopf. Also du kannst den Kopf da drehen. Und der kann einen Feuerball aus seinem Mund schießen. Okay, na gut. Also Feuerball ist also ein Plastik, durchsichtiges Plastikball, ja. Ja, ja. Ja, cool. Ja, 2800 Teil ist natürlich auch Riesenmodell, ne? Also hast du schon planen, wo der stehen wird? Ich weiß es noch nicht genau. Also entweder steht der in meinem Spielebereich so, dass man den bei dem Stream hinten sehen kann, wenn wir streamen. Ja, guter Plan. Da würde ich nochmal aufragen. Oder in meinem Büro, da habe ich so einen alten Retro-Fernseher stehen. Da könnte der eigentlich auch ganz gut draufstehen. Ja. Dann würden meine Kollegen den in Videokonferenzen sehen. Stimmt. Der ist auch groß genug dafür, ja. Ja. Eigentlich braucht er ein Schloss. Eigentlich braucht er ein Schloss, ja. Vielleicht soll ich nochmal ein Lego-Schloss bauen. Kann ich ein Disney-Schloss, Prinzessin-Schloss von Elsa auch bauen. Sag mal, es kommt jetzt ein neues Mario Jump'n'Run raus. Reizt dich das? Habe ich vorbestellt. Also ja, okay. Das habe ich vorbestellt, als es am ersten Tag, als man es vorbestellen konnte. Ja. Witzig. Ich bin so enttäuscht von den letzten Mario Jump'n'Runs, dass ich überhaupt kein Interesse habe. Also ich finde gerade die 2D-Jump'n'Runs waren immer gut. Da war ich von keinem enttäuscht. Und deswegen komme ich auf jeden Fall. Okay. Nee, ich schon. Aber... Also das letzte Jump'n'Run war ja 3D-World, würde ich jetzt sagen. Nee, nee. Ich meine schon 2D-Spiele. Okay. Und da das New Super Mario Bros Wii U Deluxe oder wie die Version heißt, das fand ich unfassbar schlecht. Das hat nicht funktioniert. funktioniert. Gerade jetzt gerade irgendwie, wenn man das zu 2, zu 3, zu 4 spielt. Und gerade das funktioniert halt auch überhaupt nicht. Da habe ich mich so geärgert bei der Wii-Version, weil du bringst dich ja gegenseitig ständig um. Das mag natürlich sehr lustig sein. Das macht doch Spaß. Ja. Nee. Ist jedenfalls nicht für mich geeignet. Also auch mit der Staubung. Man kann das auch alleine. Also wenn du da vorankommen möchtest, also ich mache das jedenfalls, dann spiele ich das alleine. Und ansonsten schmeiße ich die Leute in den Abgrund. Das war lustig. Okay. Na gut. Also mein, das allerbeste Jump'n'Run aus der Nintendo-Welt, was ich so kenne, ist Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und da habe ich jetzt tatsächlich die erste Meinung gehört, die sagt, das neue Super Mario Wanda sei besser. Und das ist der erste Moment gewesen, wo ich dachte, oh, vielleicht ist es ja doch interessant. Ja, ich habe es mir vorbestellt. Ja. Kommt am 20. glaube ich raus. Also quasi bald. Ja. Okay. Ja. Was sonst ist? Wir haben ja wieder Sonntag. Es ist ein bisschen was passiert. Letzte Woche habe ich zwei Podcast Episoden in meiner Abwesenheit bei in Essen veröffentlicht. Nämlich zum einen 400 Deck Episode 26 zur Folge Spiegelbilder aus der dritten Staffel Lower Decks, wo es um Rutherford geht. Und ja, hört es euch einfach an. Gute Episode, wie immer. 400 Deck macht viel Spaß. Ihr könnt uns übrigens bei Discord besuchen. Wir haben da Links. Da könnt ihr mit uns über Star Trek und über Spielzeuge und über alles mögliche reden. Außerdem veröffentlicht letzten Samstag war gestern, heute übermorgen. Wir haben da ein neues Format, nämlich Querbeet, wo wir in, ich sag mal, halbe Stunde maximal über Themen reden, die uns gerade irgendwie angehen, die so ein bisschen mit Star Trek auch zu tun haben. Und da haben wir jetzt über Star Trek The Next Generation und Picard so im Nachklang von der Serie Picard gesprochen, wie wir jetzt damit umgehen. Und gestern ist erschienen die offenbar wie Orville Episode 33. Das ist der erste Teil zur Orville Episode Sanftfallender Regen, weil die Episode einfach sehr lang ist und sehr viel Kram beinhaltet, haben wir das gemärteilt. Das wird uns jetzt wahrscheinlich sehr häufig passieren, weil die Episoden der dritten Staffel einfach alle über die Maßen lang sind. Ja, soviel zu meinen jüngsten Veröffentlichungen. Was ist bei dir so los? Gar nichts Großartiges. Also ich bin wenig zum Zocken gekommen, dadurch keine Fighting Games. Wir haben ja auch nicht Borderlands gespielt. Dann Podcast. Müsste ich mal einen neuen Termin für App Store Tagebuch suchen. Letzte ist ein Monat her. Wird mal wieder Zeit. Ja. Ansonsten habe ich ein bisschen Serien gespielt, nämlich Serien gespielt. Ja, ich bin auch durch. Gen V. Hast du The Boys gesehen? Amazon Prime Serie. Ja, da warte ich drauf, dass es weitergeht. Das brauchst du nicht unbedingt, weil es gibt jetzt nämlich eine Serie, es ist ein Spin-off davon. Gen V heißt sie. Also wie Genf, nur mit V hinten und ein Leerzeichen vor dem V. Und da wird quasi so eine Coming-of-Age-Highschool-Geschichte erzählt, die aber in der Welt spielt. Und ich habe die ersten drei Episoden gesehen und die ersten anderthalb jetzt schon zweimal, weil ich sie mit Angela nochmal gucke und finde es einfach mega gut. Also ja, es gibt genauso widerliche Szenen wie in The Boys auch, weil wer auf Splatter steht, für den ist es genau das Richtige, für mich eben nicht. Aber die Geschichte an sich finde ich ja gut, weil es schon wieder irgendwie spannend ist und man weiß nicht so genau, was los ist. Und dann habe ich eine Serie gesehen, jetzt von vorne bis hinten. Es gab nur sechs Episoden, die wahrscheinlich unter Ferna liefen laufen wird, obwohl sie fantastisch ist. Läuft bei RTL und heißt Die Verräter und ist eine Serie, wo im Grunde das Spiel Wehrwölfe live gespielt wird von Prominenten. Und anders als die ganzen RTL-Serien, die es sonst so gibt, sind es halt keine Doofbratzen, die dadurch auffallen wollen, dass sie sich gegenseitig vermöbeln, sondern es sind schlaue, gestandene Leute, die einfach quasi in dieses Spiel geworfen werden. Die fangen mit 16 Leuten an und da sind drei Verräter bei und die Verräter bringen nachts jemanden um und die alle gemeinsam verbanden tagsüber jemanden und müssen dann rauskriegen, wer gewinnt. Und das ist einfach eine sehr, sehr coole Idee. Und zwischendurch sind so ein paar Abwandlungen drin, die das Spiel ein bisschen spannender machen, als Werwölfe alleine es gewesen wäre. Und ich finde, das ist das beste Fernsehformat, was wir in jüngster Zeit hier in Deutschland so hatten. Aber es haben offenbar nicht so viele Leute geguckt und deswegen wird es das wahrscheinlich nicht wiedergeben. Also freut euch über die ersten ein paar Episoden, die es gibt und guckt es halt. In den anderen Ländern hat es sehr viel mehr Anklang gefunden, wo das veröffentlicht wurde, weil selber ausdenken tun sie sich alle inzwischen nichts mehr. Es wird alles geklaut hier. Die Verräter ist natürlich ein geklautes Format aus. Ich weiß nicht. Ich würde, das ist nicht voll geklaut. Das kommt wahrscheinlich von Endemol aus Hollands und das haben sie verkauft. Es ist ja nicht geklaut. Ja, ja, okay. Es ist jedenfalls übernommen. Genauso wie LOL. Ja, das ist ja so. Du hast gesagt, eine Firma, die macht ein Format und die verkauft das dann in die Sender. Ja, na gut. Okay, wie auch immer. Jedenfalls guckenswert alle beide Serien. Okay. Wer war denn da so als Kandidat? Ich kannte die tatsächlich alle nicht. Ist aber auch völlig... Ne, es stimmt nicht ganz. Ulrike von der Gröben zum Beispiel war dabei. Und so ein paar andere bekanntere Leute auch noch. Okay. Ja, Joel Dicker war wahrscheinlich nicht dabei. Nee. Ich habe von dem ein neues Buch gekauft. Ich habe ja schon zwei Bücher von ihm gelesen. Verkauft der Bücher oder was macht der? Genau. Der Verkaufsbücher, die vorher irgendwie mal schreibt, der hat das Buch geschrieben, die Wahrheit über den Fall Harry Kébert. Und das haben mir die Jungs und Mädels von Labroad empfohlen damals vor einiger Zeit, als sie das erste Mal im Krankenhaus war. Glaube ich, war das. Da habe ich das gelesen. Und dann habe ich noch ein anderes Buch von ihm gelesen. Und jetzt lese ich quasi den Nachfolgeroman von diesem, die war die über den Fall von Harry Kébert. Und zwar das Buch heißt Die Affäre Alaska Sanders. Spiel ist halt mit den gleichen Personen. Und ich habe jetzt gerade vier, fünf Kapitel gelesen und gefällt mir schon sehr gut. Okay. Ja, das ist aber ein sehr, sehr dickes Buch. Also irgendwie im vierten Kapitel bin ich jetzt schon auf Seite 120 oder so. Es ist, die Kapitel sind auch sehr lang. Ich weiß nicht, wie, wenn du Bücher liest, wie du das machst. Aber ich versuche dann immer tatsächlich komplette Kapitel zu lesen und nicht in einem Kapitel eine Pause zu machen und das Buch wegzulesen, sondern wirklich ein Kapitel zu Ende zu lesen. Und wenn die dann so lang sind, dann ist das, ich will nicht sagen doof, aber dann muss man halt lange lesen, bis man das wirklich darf. Ja, tatsächlich mache ich das auch so. Also ich versuche auch kapitelweise zu lesen, damit ich, weil die meistens ja so gestaltet sind, dass es einen einigermaßen brauchbaren Einstieg und Abschluss gibt. Und gerade bei Romanen ist es ja dann auch so, dass du häufig dem Erzählstrang von einer bestimmten Person dann folgst. Genau. Ja. Also bei dem Buch und auch bei dem vorherigen Buch springt da sehr viel in der Zeit. und zwar in drei Zeiten. Also es geht um einen Mordfall, der vor, kann ich nicht lügen, 15 Jahren oder sowas war. Und dann springt er halt in der Zeit von dem Mordfall von vor 15 Jahren, dann von der aktuellen Zeit, wo halt dieser Mord aufgeklärt werden soll. Mhm. Und er springt, dadurch, dass das Nachfolgeroman ist, springt er noch quasi in die Zeit direkt nach dem vorherigen Roman. Das ist ja gar nicht mal so kompliziert, also. Nee, ist nicht so kompliziert, aber ist auch immer relativ gut gekennzeichnet. Aber man muss sich halt immer noch mal kurz überlegen, okay, in welcher Zeit bin ich jetzt gerade? Ja, alles klar. Aber also, wenn man irgendwie Tarantino-Filme guckt, dann sind die teilweise komplizierter geschnitten. Okay. Einen Punkt haben wir noch, denn es ist ja die 400. Episode. Und wir haben einen Audiokommentar bekommen. Oh, das ist eine Überraschung für mich, das wusste ich nicht. Das ist Absicht. Und den spiele ich jetzt mal eben an. 400 Jahre folgen Dirty Minutes Left, ihr beiden. Super. Vielen lieben Dank dafür. Ich bin begeistert. Ich gratuliere euch. Das ist ganz, ganz toll. Macht bitte weiter so. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe noch keinen Podcast in meinem Catcher, der so viele Folgen hat. Ich hoffe, ihr macht noch 400 Folgen mehr, damit ich jeden Sonntag was zu lachen, zu schmunzeln und zu lernen habe. Geil. Mehr sage ich einfach nicht. Alles Gute. Schöne Grüße von Nils. Bis denn, denn. Ja, schönen Dank, lieber Nils. Danke, Nils. Ach, großartig. Aber ich weiß ja nicht, was er hier bei uns lernen will. Also, ich habe was gelernt. Ich habe heute zum Beispiel gelernt, dass man kein Münzgeld braucht, um irgendwo sein Auto zu laden. Ja. Das hätte ich mir in Deutschland vorgestellt. Ja, grundsätzlich gilt, wir spielen Audiokommentare ab, wenn ihr uns welche schickt. Auch in schriftlicher Form, dann spielen wir die natürlich auch ab. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Wir sind da durchaus fähig. Und ihr könnt uns auch bei Discord einfach anquatschen. Gut. Dann würde ich sagen, eine erfolgreiche Woche. Gleichfalls. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net. Dirty Minutes Left. Dirty Minutes Left. Vielen Dank.